Was? Blumumum? Auf göttlich? Warte. Ja, mit der andere Stimme, da weißt du. Judyимся Vielleicht lasse ich das jetzt hier einfach auch vorne drin Ha ha Hast du das mit der Stimme jetzt gemacht? Ja Geil Also Leute Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Luft Let's play But one is on their 2.0 inimersetzung von den G-Trance Version 2.03 Beta-Revision 1046 Und zwar wurde das übersetzt von den G-Trance Mit dabei ist wieder der Kilby Man hörte seine sechte Stimme schon Projektleiter könnte man noch sagen, äh, Specialman. Projektleiter? Ja. Das ist ja der Projektleiter. Äh, äh. Ich komm hier nicht weg. Erster Projektleiter. Du müsstest das T ein wenig kräftiger sprechen. Der Projektleiter. Leiter. Ach, Entschuldigung. Projektleiter. Weil wir nicht so kennen, hier, mal. Der Leidherr. Bissl, bissl kann man schon zeigen, den Leidherr. Hetz auf Übersetzung. Der Hetz auf Übersetzung, genau. Naja, klar, also, das sieht man momentan auch noch mit hier. Hä? Da tut direkt immer die japanischen, nochmal gucken, weil er japanisch kann. Den durften wir eigentlich nicht vergessen. Wen? Und an Tools tut immer noch der Lava Spunt rum, rum basteln. Zwar sehr wenig, aber er macht's. Also, deswegen, also ganz so ist... Tja, Leute, da habt ihr die Infos, die ihr braucht. Ja, genau, im Grunde ist... Oh, yeah. Bring ihm. Ja, ein bisschen Geist. Voll viel. Also, ich find's ja wunderbar, dass er endlich deutsch steht. Wunderbar. Wunderbar. Gefangen? Oh, nee. Scheiß. Kein Problem. Passen Sie auf, für Roman und Jungfrau. Super. Ja, pass mal auf. Ey, ich sag, guck mal, der ist Level 42, wir sind Level 48, wissen eigentlich. Aber der hat trotzdem den Todes... Den Todesatm. Den Todesatm. Den Todesatm. Der Todesatm. Der Todesatm. Der Todesatm. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so lang war hier. Spiele lustig zu übersetzen. Echt, ja? Hatte der? Ja. Ja, Japan hat nur gesagt, übersetze mal einfach lustig. Okay. Aber, das ist so ein deutsches Ding. Deutsche stehen so auf Comedy shows. Shows? Und so kam es halt auch teilweise zu diesen lustigen Dingern. Ja, aus heutiger Sicht nicht mehr so lustig. Aber, wie hat er gesagt, die Lindenstraße hat immer noch überlebt. Leider. Hat er in der einen Interview gesagt, die Lindenstraße hat überlebt. Leider. Ein Ausgang. Wollen wir gleich mal wieder ein Wundertau nehmen? Ja, wenn es geht. Ich hoffe, wir sind dann auch da, wo wir... Aber nicht, dass wir dann wieder... Jetzt vorher speichern sollen. Wie soll ich denn vorher speichern? Nein! Ey, wie jetzt? Ey, leck mich hart am Arsch. Komm, wir rennen jetzt hier einfach komplett durch. Ja, wir rennen durch. Warum hast du das auch bezahlt? Ja, weil... Kann ich doch nicht riechen, dass die hier so Kackes bauen, Junge. Komm, jetzt rennen, 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 rennen. Rein! Ich lenke die Gegner ab, Mary. Kein Move, kein gar nichts. Warte mal. Hör jetzt auf. Hör auf. Ah, fuck. Nee, nee. Nee, nee. Ich wollte gucken, ob ihr vielleicht hier das Ding einsetzen könnt. Das Luftgeuse. Hier laden wir uns höchstens nochmal auf. Das ist okay. Seifern brauchst du nicht. Seifern meine ich. Aber wegen Luftgeweite gucken, ne? Seifern. Das ist die Mischung aus Speichern und Seifern halt. Das ist die Mischung aus Bücken und Seifern. Seifern. Da steht doch der Kibbel voll drauf. Wunderbar, sowieso. Was sagst du denn, du? Nee, Mary steht drauf. Oh, guck mal, die sind easy peasy. So, also. Hier einfach ein bisschen in die Fresse verschlagen. Raus. Rüber, rechts, links. Echt, bist du sicher? Ich weiß nicht, ich habe keine Karte auf. Ich auch nicht, hier ist es verkehrt. Hier geht es nicht weiter. Also muss ich runter oder rüber. Ja. Nee, wir müssen die platt machen, damit wir links raus können. Richtig. Toll, wieder einmal. Und warum? Weil wir müssen die Karte mal einseifern. Damit er mal wieder weiß, wo es lang geht, ja. Oh, das hat ja richtig premium viel Schaden gemacht, ey. Leck mir am Arsch. Oh, Mann. Aua, der hat mich kaputt gemacht, Mann. Ich räche dich. Wie so ein Hund bitte schön Feuer spucken kann, ist mir unklar. Da muss ich doch voll die Schnauze verbrennen mit seinem Fell da dran. Eigentlich. Oder hat der hier feuerfestes Fell? Ein Ausgang erscheint. Ja, stimmt, ja, hat die Fee das sichtbar gemacht. Echt? Da waren wir ja vor uns kurz vorm Ausgang und du? Mal gucken, wer es recht hat. Okay, und wo jetzt bleiben? Ist okay. Wir können uns einfach mal safen. Können wir abmoderieren, haben wieder ein Part voll. Oh, ja. Tja, liebe Leute. Wir sehen uns dann am nächsten Part wieder. Wenn das heißt, let's play 5 Minuten irgendwie Höhle. Wo bist denn du lang? Wieso runter? Na, wieso? Natürlich runter. Da war der Speicherpunkt. Ja, da war der Speicherpunkt. Man läuft doch an dem Speicherpunkt vorbei. Nee. Guck. Ah ja, doch. Nice. Na, nee. Du hast keine Ahnung, Mama. Guck dich an, ja. Ja, weil du wieder hochrennen musstest. Ja, geh mal da unten lang. Wie noch Bummis. Entscheidet euch mal. Entscheidet mich jetzt. Ja, weil du da lang rennen musstest. Stig. Das war richtig, weil hier unten die Tür ist. Echt? Na klar. Wir gehen doch rückwärts, meinen. Hier lang? Na klar. Oh nein. Nein. Eine Linie. Todes, eine Linie des Todes. Hau dir ein rein. So, hier geht's nicht weiter, Kibbel. Da hab ich ja nichts gesagt. Wir müssen hoch. Du hast gesagt runter. Und dann hoch. Du hörst nicht zu. Du hörst mir echt schwach, Junge. Da kann man erzählen, was man will. Ich bin dir hinterhergelaufen. Hoch, Mann. Oder? Verwirrung. Dritten Grades. Ja, jetzt hast du ihn richtig. Ja, jetzt, Alter. Bam, bam, bam. Ihr rennt wieder zu. Natürlich. Nachdem ich die fast platt gemacht habe. Ja, natürlich. Wir sind nicht solche Nubis wie du, ja? Wir brauchen ja nicht diesen Loot. Loot? Oh, hier ein Todes Ninja. Ja, da kann ich mich mal tierisch an meinen harten Eiern lecken. Tierisch an dem harten Ei Todes Lutschen. Da kann ich mich, ja, hm? Da kann ich Todes Lutschen am harten Ei. Am Stahle Ei. Am, 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 am Balls of Steel. I have Balls of Steel. Hm, it's time to kick some ass and chew some bubblegum. Ja, genau. Okay, warte mal. Ist jetzt ein Schei... Wir sind im Kreis gelaufen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Komm, es gleich mal aufladen. Das sind nicht so, so stimmt. Und jetzt sollten wir langsam überlegen, wo wir langlaufen. Ich bin echt hartverwürgt. Wir sind nämlich hart im Kreis gelaufen. Nicht feiern. Klar. Wir waren doch näher am Ziel und haben da gespeichert. Nein, das stimmt. Wir sind hart im Kreis gelaufen. Ja, aber da war es irgendwie nicht. Also jetzt alle Konzentrationen zusammennehmen, bitte. Also hier ist eine Kreuzung, gut. Jetzt kann man nach rechts gehen, da ist die Tür zu. Das ist ja schon mal gut an sich. Jetzt hoch. Das klingt ja noch rückwärts laufen. So, dann hoch. Da habe ich doch eine Übelstlange hier. Zeig, zeig. Ich weiß halt ungefähr, was soll man nicht noch hochgehen? Letztens mal, ich doch hochgegangen. Aber da geht es nicht. Oh, nein. Ich guck mal. Komm mal, geil. So, jetzt die Tür wieder zu. Sie ist das ja gut. Rutsch. Ach komm, der kann uns nichts. Guck mal, nur 400. Nein, gar nichts. Noch so ein Schlag, oder ist ein Tod. Ich wollte gerade sagen, noch so ein Schlag, oder ist ein Tod. Das musst du erst mal aufladen lassen, hier. Ach, zwölk den Mist. Ey, der macht noch so ein Schlag, oder ist ein Tod. Hör mal auf, jetzt hier. Ja. Bleib doch mal hier schmeidig, wir haben hier Schoki. Uh, was wir alles haben. Und was wichtig ist, dass ich überlebe. Wie wir ahnen. Also, die Goui. Jetzt lässt du mich auch mal hier aufladen. Ja, la, heil dich von mir aus halt selbst. Mach ich auch. Mach ich auch. Jetzt macht der für ein Move da. Ja, ich pass dich voll geil aus. Ja, ne? Irgendwie so, boom, straight. So, jetzt können wir aufhören, ja. Wollen wir die killen? Ach, komm, komm, wir haben. Die sind nicht so böse. Wollen wir die killen? Ach, komm, die killen. Ist klar. Nein, wir hätten sie fast gehabt. Oh, wir sind ziemlich beim Ausgang, ich merk's. Ich spüre die frische Luft. Ja, endlich. Oh Gott. Endlich, endlich. Luft die Trommel, tinglingeling, luft die Trommel. Wir haben's geschafft, Leute. Wir sind im Manerland. Stringle Wing. Noch nicht. Aber so gut wie der rote Punkt. Guck mal, hier ist auf der Karte ein gelber Punkt. Naja, der rote Punkt sagt uns, wo es Manerland ist. Wow. Wow. Du musst aber nach oben fliegen, ja? Was war's da? Hä? Hochfliegen. Quatsch nicht, hier unten ist der Teleporter. Ja, siehst du? Nein, da mussten wir uns teleportieren. Teleporter. Nee, nee, der fliegt von alleine hoch. Siehst du, wo ist es da? Ich fange alleine hochgefunden. Du kannst ja mal gucken, ob die so defekte Pixel links noch ist. Ne, jetzt bis nach rechts. Ja, dort lang, so. Ja, flieg mal dort lang. Defekter Pixel? Ja, da war auf der Karte immer so ein defekter Pixel, weil von Pätschen ist da was immer schief gelaufen. Ja, ja, guck mal da so einen weißen, braunen Rand so ein bisschen. Ne, ne, ein bisschen weißbraun. Ja, hier so ein bisschen. Einmal im Kreis. Da, hier so. Ja, da kannst du mal fragen, Special. Da, ein Dingsbums da, wie heißt er? Wie heißt er? Ultra? Ultra Man. Ne, da, Dings, ja, da. Love is Spawn. Da müsste mal gucken. Sieht doch voll cool aus irgendwie. Hast du ein bisschen was? Neckelschuss. Das sind aber die defekten Pixel, weil wir jetzt gehören die da gar nicht hin. So, wo gehen wir jetzt hin? Hier hin, zu der Welt? Ja, das ist das meiner Land, ja auch. Da kriegen wir jetzt die dritte Stufe, ja. Das heilige Mama-Land. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende der Reise angelangt. Liebe Leute, wir sind aber geil. Aha, Kilbel hat sich mal wieder ausgeschalten. Nein, eigentlich nicht. Ich bin drin. Ich habe es doch gesehen, wie du hinter mir hergeraint bist. Nein, das war alles gut. Das war eigentlich angetäuscht. Das war totaler Skill, war das. Ultra. Ich habe genau gewusst, was du drückst. Oh nein, das sind die so schön schwach. Das macht nichts, die haben nichts drauf, die sind voll schwach. Ja, wir müssen die jetzt sogar umbringen, weil die geben uns jetzt Items, damit wir uns die letzte Stufe aufleveln können. Haben wir die nicht schon? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hä, der ist doch Fratzentrum geworden, will der mich freuen? Haben wir definitiv nicht, weil du die nur im Mana Land kriegst. Dieses besonderen Special Item. Ich bin überzeugt, du hast sowas schon mal gesagt, dass wir die Items gefunden haben. Nein, einen vielleicht mal, aber wir brauchen ja für alle. Also wir brauchen ja für uns. Und ich glaube, das war nichts für uns bei dem einen. So, jetzt müssen wir gucken auf die Kisten und dann hoffen wir, dass da was drin ist. Tja. Oh, das ist nicht unbedingt das Ultimative. Da steht ja doch Glückswirbel oder irgendein komischer Gegenstand, ist das dann. Schmuckofanz. Mit denen kannst du dich quasi in die letzte Stufe befördern. Guck mal, wie schnell die down gehen, ja. Guck mal, Mama, Schauberer. So, jetzt kommt's, ne? Für jede Stufe gibt's ja zwei, also ich kann mich ja in zwei Stufen verwandeln, ne? Ja. Und für jede Stufe gibt's ein Item. Also das heißt, wenn du jetzt eine spezielle Stufe haben willst, brauchst du auch noch das richtige Item. Echt? Ja. Mir ist es egal, welche Stufe. Ja. Eigentlich. Ob es auch ein Level. Wir haben uns ja damals echt gut entschieden. Oh, hör auf zu springen, du Affe. Ruhe? Keine Ruhe? Nö. Lowrider. Vollfade. Hm. All of Fail hier. Oh, au. Warte, ich geb mir einfach ein Schoki, ein gutes. Ja, gib du mal. Keine Ruhe, nur. Vollen Schoki, ja. Lass mal vollen Schoki reindrücken. Drei drücken, drücken, nein. Bevor du zur Diva wirst. Genau. Ey, die können sich noch während des Dingsen, können die sich nochmal verwandeln? Ja, weil die geil sind. Haben die ihren Arsch offen? Ja. Okay. Auch? Auch. Auch. Jetzt hör doch mal auf, die Gegner hier von mir weg zu boxen. Klar, ich mach das immer, weil ich's kann. Ein Döser-Goblet. Was special, ne? Kriegst du halt mal mit. Oh. So, ein Noob, ey. Wie macht der Zug? Noob, noob. Heil mich mal, bitte. Ja, mach mal ne Heil-Round. Echt? Seid ihr so low-level oder was? Total low. Low, low, low. Wir sind einfach keine Tank wie du. Wir sind voll die geilen Krieger, die auch mal einen auf die Mütze kriegen können. Ja, immer vergisst. Weißt du? Weil die richtigen Superhelden, die haben nämlich immer eine Schwachstelle. Und meine Schwachstelle ist das Sterben. Sowieso. Das glaube ich auch das Wort. Guck mal, ich boxe den von hier oben. Bin ich nicht ein übelst geiler Typ? Ja, du kriegst trotzdem einen in der Fresse. Ja. Ey, der ist schwarz. Also dunkel. Also grau. Ey, guck mal, der hat sich in Kill Bill verwandelt. Ja, ich weiß. Deswegen ja. Die können sich in alle verwandeln. Habe ich doch vorher gesagt. Du hast mal dazu. Oh, halt die Klappe. Ich muss jetzt erst mal Kill Bill übelst eine reindrücken, ja. Schattenmann, schade. Ha, ha. Kill Bill hat sich selbst wehgetan. Oh, hier, der drückt ja voll eine rein. Check nicht mehr rein. Mary, kannst du den verzaubern? Achso, der ist schon down, okay. Er ist down. Du stark ist doch nett. Ja, da ist mein Donnerblitz. Ich bin nämlich Pikachu. Pi Pikachu. Das ist Ruhe, Mann. Kill Bill, willst du dich nicht mehr heilen? Ach ja, siehst du? Da war er es. Ja, jetzt muss man mal gucken, ja. Ich weiß das nämlich auch nicht mehr genau. Ich brauche dringend neue Kopfhörer, ey. Warum? Weil meine wehtun. Ich bin Brillenträger und die Billigkopfhörer, die tun dann immer weh hier. So einen richtigen, bequemen DJ-Kopfhörer braucht man dafür. Die machen dann richtig Spaß. Haben auch besseren Klang. Und bessere Abdichtung. Warte, die Schwarzen sind böse. Kill Bill, klopp mit drauf. Ich bin voll böse. Oh, Mann. Zeit, dass ich in Mary verwandle, weil du nicht mitmachst, weißt du? Oh, ich bin Kill Bill. Ich muss nicht mitmachen. So. Und Mary, kriegst das mal. Oh, Mann. So gut. So tot, Mann. Was hast du denn? Ich hab mich selber getötet. Nein. Da, von wegen tot. Jetzt sind wir tot. Sag ich doch. Ja. Ich bin halt stark, ne? Bist halt stark, ne? Stark. Ganz schön. Ganz schön low, ey. Ganz schön low. So, gib mal Honig. Ich kann mich aber selbst heilen, ne? Hier. Ja, das war doch mein Plan. Mary, du kannst gleich wieder rein? Okay, kannst du wieder rein. Radaradaradarada. Radaradarada. Es lebt hier noch einer. Der ist aber Gegner. Oh, der Kuh, hey. No. Ja, weil der Kill Bill nicht mit angreift, deswegen. Hallo, ich greife hier an. Guckst du, oder was? Ich hab's plattgehauen. Ja, der hat viel Erfahrung gegeben. Na los, weiter. Dann heil uns erst mal, sonst kommt hier wieder der nächste Typie und haut uns hier noch ein. Dann sind wir wieder mit den Low-Levels hier, ey. Dann sind wir wieder dort. Mit D am Anfang dort. Dode. Game over, leh. Ne? Ne? Game over. Game over. So, ich hab das Gefühl, wir sind hier sowieso komplett in der Sackgasse gelandet, gerade. Ja. Wir sind hier weg. Ganz schnell weg. Wie, wie, weg. Und geh, wie, wie, ganz weg. Na hoch oder so? Ne, da oben ist nix. Da unten ist nix. Wir müssen wieder zurück, ich weiß, und dann nach hinten rechts. Zurück und nach hinten. Man kann aber manchmal über die Pflanzen laufen. Echt? Ja. Oh, nicht die schon wieder. Ja, jetzt hier nach rechts oben. Oh, das sind die Easy-Typies. Nach rechts oben, mein Freund. Blauer Pocopuschel? Krallewurst. Eine Krallewurst. Und die Schwarzen verwandeln sich halt auch in uns. Ja. Oder primär an uns. Weil die dann, wenn die Special machen, dann fangen wir uns kaputt. Ja, echt mal. Kaputt hauen. Weil wir so High-Level sind. Oh. Ja, wir sind total oma special. Darf jetzt auch was specialen? Danke. Oh, toll. Ach, ich dachte schon, ich krieg den noch nicht platt. Mach's gut, Kibbel. Tschüss, Kibbel. Wir brauchen dich nicht. Du kämpfst ja eh nicht mit. Klar. Ja. Alles mal voll die Move sehe. Ja. Dann hier muss man sowas anhören noch hier. I like to move it, move it. Irgendwie kommen wir hier nicht durch. Man kann auch über diese Blumen laufen. Welche Blumen? Das sind Steine. Ja. Das sind Steine im Weg. Wo siehst du da? Ja, da doch nicht. Mensch. Das ist voll. Wenn wir da eh nicht weiterkommen. Hier runter ist. Ja, genau. Guck, guck, guck. Da geht's lang. Guck, komm mal. Schau's durch. Ja, hier ist immer richtig. Ja. Sagst du. Ja. Das sagt ja ständig. Doch. Zieh mir endlich da. Nur noch eine Düne. Das hast du schon vor drei Dünen gesagt. Jo. Hm. Auch. Guck dir mal den an, der ist voll dumm. Ach, meine Lanze. Hab ich den mit meiner Lanze. Ja, wenn ihr den kaputt bekommt, dann ist das zwar toll, aber wir kommen eh nicht an die Truhe ran. Warum? Wie willst du da rüberkommen? Warum leckt das jetzt gerade? Warum geht's jetzt weiter? All diese Fragen, die sich den Leuten schicken. Jetzt reicht's mir. Gesundheit. Oh, der ist ein Böser. Oh, fucking kack. Warte, warte, warte. Solange wie da jetzt noch kackig ist, dann mach ich den erstmal bum bum. Was machst du mit dem? Oh, scheiße. Was machst du mit dem? Bum bum. Ah, ja. Alles klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, du kannst den auch angreifen. Nein. Mit zaubern. Doch. Nein. Ach. Der macht wieder einen Schlag, dann sind wir down. Was erzählst denn du? Ja, sehr gute Idee. Schattenbahn, oder? Schattenbahn, oder? Äh, Schattenbahn, war ja. Ja, ja. Schon wieder ich. Scheiße. Ja. Zwillinge. Das ist schlecht. Weil der kann uns, ich kann uns alle drei angreifen. Doch. Ja. Kibble auch. Ja. Die müssen sich ja eigentlich mal an mich verwandeln. Dann haben wir voll den leichten Gegner. Oh na. Aua. Warte, vielleicht kann ich noch mein Special starten, bevor ich hier tot gehe. Schick schack. Ey, guck mal. Die hat uns gar nicht getroffen. Ja. Manchmal geht's auch vorbei. So, Kibble. You know what you do. Ja, was ist los? Ja. Geht los? Geht los? Heil! Ich immer heilen. Wie soll denn denn? Was ist hier? Du musst es mal früher an der Schule aufrufen, bei der Kotzkontrolle mal alles vor sein. Siehst du das? Diese Blätter dort. Ich glaube, da kann man es rumlaufen. Was für Blätter denn? Ach, die da. Da unten mein. Ja, probier mal. Geh mal. Geh mal raus. Nein, genau. Ja, geht. Siehst du? Das ist die Frage, was uns das bringt. Ja, irgendwie müssen wir irgendwann mal darüber laufen, weil irgendwann kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Ach. Aber ich weiß nicht, ob es die Blätter hier waren. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Vielleicht waren es doch andere Blätter. Ne, es waren schon die Blätter, aber ich weiß nicht, ob es jetzt genau hier an diesem Ort liegt. Oh nein. Was ist da? Hilfe. Ich werbe. Ach, hier stirbt niemand. Wir lassen niemanden zurück. Nein. Jetzt haben die sich auch im Tun verwandelt, die Arschlöcher. Eines tut es, siehst du, es geht auch. Ja, guck mal, jetzt geht die zwei daunen und dann ist alles okay. Ja, alles easy going. Ah, Zeug weggeschmissen, ab in den Müll mit dich hier. Genau, jetzt macht Mary noch ihr Special. Ach, guck mal, easy. Jetzt aber. Scheiße. So, jetzt sind wir hier. Ich habe voll vergessen mit den Truhen, glaube ich. Cool. Okay. Ja, ich sage, das waren die... Das waren die falschen Blätter. Ich will jetzt nicht sagen falschen Blätter, aber... Das waren die falschen Blätter. Es gibt hier noch irgendwo anders Blätter und da müssen wir rüber. Ich weiß noch mal genau, wo die waren, aber die waren hier auch irgendwo. Schack, schack. Oh nein. Ich glaube, der verwandelt sich in den, den er als erstes berührt. Wollen wir das mal testen? Ich gehe mal zu dem hin. Doch. Okay. Dann geh du mal. Das ist besser. Lass mich mit dem einfach allein. Machen wir doch schön. Ich habe ihn mal berührt. Du hast ihn in seinen Popo gefasst. War das geil gefallen. Ey, der verwandelt sich nicht in mich. Ja, was machen wir da? Dann musst du jetzt... Du greifst jetzt immer die Schwarzen an. Genau. Das finde ich ein bisschen rassistisch, ey, dass ich immer die Schwarzen angreifen muss. Du musst immer die Schwarzen angreifen, genau. Du hast jetzt... Du hast den Pedulé... Ja, oder Kippel kann mich mal heilen. Du darfst dich heilen. Ist aber nett. So bin ich. Ja, aber... Prima Ballerina. Ich finde es ja so intelligent. Das will sich in jemanden verwandeln. Der halt stärker ist als ich. Ich mache ja auch Schaden nur. Ihr macht halt manchmal ein bisschen mehr. Tornado Wolf Mama. Boah ey, wir müssen ja langsam mal den Port abbrechen. Was? Ja echt mal, wir sind schon voll über drüber. Über drüber! Was heißt denn voll? Wir sind voll krass. So Leute, wir sehen uns in dem nächsten Port wieder. Ey, warte mal. Ey, war komm ey. Was heißt denn, wir sind voll drüber? Wir sind schon bei drei Minuten fast drüber. Na gut, dann tun wir das ja nochmal. Und dann. Weil hier das echte Sackgasse ist. Boah, das ist schon wieder voll anstrengend. Aber okay. Das Spiel basiert ja auf... Anstrengenden Gegnern. Auf anstrengenden Sachen. Da finde ich nach wie vor, das ist so eine extreme Fehlentscheidung nach wie vor von den Spielerdesignern. Die denken, die Spieler spielen gerne wegen den Kämpfen. Natürlich sind die Kämpfe wichtig und auch auf und zu mal toll, aber in den meisten Fällen sind die einfach nervig. Ne, du musst ja davon ausgehen, es wurde ja nur für Japan entwickelt und die Japaner stehen auf sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Japaner, die stehen auf Baseball. Aber die haben auch immer wieder normalerweise Anpassungen gemacht. Für die verschiedenen, ähm, für die verschiedenen Regionen. Zum Beispiel in Amerika weniger Porno und so, ne. Und in Europa haben sie es dann wieder rückgängig gemacht. Da haben sie wieder weniger Gewalt gemacht. Ja, genau. Warum ist das hier so gewalttätig? Naja, auf jeden Fall haben sie das eigentlich gemacht. So, abmordieren. So viel Trivia. Und Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, sucht den Weg im Mannerland bei Suit of Manner 2. Der deutschen Übersetzung von IG Trends. Yay. Ich freu mich drauf. Macht's gut. Bis dahin und tschausen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.